Was geht ab Leute? Seht ihr wieder da, mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 927, wie immer die deutsche Übersetzung wird euch präsentiert vom Pirate Board. Auf dem Cover Ringen gab und ein Bär um einen Lachs, vermutlich handelt es sich hierbei wieder um eine Friend Request, also wird diese Cover Story nichts mit der Story zu tun haben. Ein paar Handlanger von Kiyoshiro werden von Sanji und Frankie verprügelt, weil sie Essen verschwendet haben. Die Stroh-Bande schafft es einfach nicht irgendwie ruhig zu bleiben, die sind irgendwie immer auffällig. Kiyoshiro ist sich dem bewusst und da er zu Orochis Fest eingeladen wurde, hat der Queen gefragt einen Attentäter zu entsenden. Die Frage ist, wen soll Queen denn umbringen? Orochi? Will Kaidu jetzt irgendwie Orochi stürzen oder so, braucht er ihn nicht mehr? Ganz komische Sache. Es gibt eine Kurtisane in Bano, die im Land quasi ein Idol ist. Eine Kurtisane, naja, heutzutage wird man dazu eher sagen, Bordsteinschwalbe. Orochi ist entschlossen, dass sie ihm heute verfallen wird. Ihr Name ist Komurasaki. Wir sehen von ihm, also von Orochi, aber nur eine drachenähnliche Silhouette. Diese soll an Yamato no Orochi, einem achtköpfigen Drachen aus der japanischen Mythologie erinnern, beziehungsweise einer achtköpfigen Schlange. Jo, da ist jetzt hier natürlich die Frage, hat auch er wieder eine Saison an Teufelsfrucht, eine mythische Teufelsfrucht? Die Echsen-Echsen-Fruchtmodellen Yamato no Orochi? Sind wir mal gespannt, ob wir ihn auch wirklich zu Gesicht bekommen oder wirklich einfach nur so seine Silhouette, seine Schatten. Ja, klingt schon mal interessant, auf jeden Fall die Spoiler. Aber wahrscheinlich wird das eher wieder nur ein recht, ja, ruhiges Kapitel wie beim letzten Mal auch schon. Also jetzt nichts mit großartig Action dabei. Trotzdem interessant und vor allem frage ich mich halt, wie gesagt, wen soll der Attentäter töten? Ganz, ganz komisch. Ich hoffe auf jeden Fall, diese kleinen Spoiler haben euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Like und ein Abo freuen. Und wenn ihr ein bisschen mehr über mein privates Leben erfahren wollt, oder auch mal ein paar Bildchen von mir aus meinem privaten Leben sehen wollt, dann schaut doch vorbei einmal bei mir hier auf Instagram. Dort heiße ich Insane Network. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis daheim wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.